Heyo, hier ist Ronja und wir sind heute Avengers auf der... Also diesmal spielen wir weiter den Avengers-Modus, so wie letztes Mal. Aber diesmal halt auch in Avengers-Skins. So, das wollte ich sagen. Ronja, Ronja, Prüfungsfrage, wer bist du? Ich bin Black Widow, hast du gesagt. Aha. Okay, Flo ist Dr. Strange, Tops ist dieser Grafikfehler hier unten. TANNUS! Grafikfehler! Und Julian ist der grüne Power Ranger in Minecraft. Also, ja. Und das ist, guck mal, guck mal, das ist normal. Und jetzt ist Endgame. Duh, 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 okay. Wir gehen, okay, perfekt, du hast es schon gemacht. Prima, dann würde ich sagen, fangen wir an. Tops ist Wolf! Ja, Tops ist Thanos, Tops ist Thanos, Tops ist Thanos, ich bin Avenger. Du bist ein Avenger. Du bist ein Golfball. Du bist ein auch schön. Also, ich würde sagen, Tops, ne? Nein. Also, du bist der ja gerade. Okay, Ronja, ich beweist dir, du bist ein Avenger, achte auf deine Heldenfreunde, Thanos hat es auf euch abgesehen. Punkt, Punkt, Punkt. Ja. Ich sehe nicht so, dass wir... Äh, achte auf deine Heldenfreunde, Ausrufezeichen, Thanos hat er folgt. Ja. Punkt, Punkt, Punkt. Aufrufezeichen, drei Punkte, meine ich. Ja. Bam. Same. Das teamen. Das teamen. Oh mein Gott, wir passen. Komm, lass einfach Tops töten. Ja, lass noch mal kurz töten. Nein, ich gehe mal... Doch, Tops ist gerade hier in meiner Nähe, das ist einfach Tops töten. Ey, stimmt. Schnellsteuze, hab ich gehört. Ja, hab ich auch gehört. Warte, gehört Flash zu Marvel dazu? Nein. Nein. Flash ist einfach nur ein Typ, der schnell rennen kann. Mir kann der nie. Ja, ich hab kurz mit meinem Bruder diese Serie geschaut. Und dann, was immer, ich bin der schnellste Mann der Welt. Und jede Folge so, ja, der ist schneller als ich. So toll, ich dachte, du bist der schnellste Mann der Welt. Wie war es damit? Wenn ich im Dunklen aus... Leck? Leck? Oh, oh. Wenn ich im Dunklen lecke. Okay, also Tops. Ah! Ich hab gehört, du bist es. Und, äh, betönt dich jetzt? Ich hab ein bisschen aus dem Prinzip, aber ich musste ihn nicht gecoopter sein. Ah, da hat wohl wer... Hallo? Hallo? Wie kann du dich wieder hören? Hä? Was war das gerade? Ich weiß es nicht. Aber es ist egal, wir sind ja eben Team, ne? Hallo? Ich glaub, da hat jemand den Internet-Stein aktiviert. Geh mal ran! Tops. Geh mal ran! Geh mal ran! Geh du rein! Geh du rein! Geh du rein! Geh du rein! Geh du rein, los, komm! Nein, ich lass das nicht aktiv. Haha, das ist der Pressureplates! Okay. So. Ist eigentlich... Also, ich weiß, dass es im echten TTT so ist, dass man... Oh, Ronja, komm hoch! Ich kann dir keinem was zeigen! Warte kurz. In diesem Ding stirbt, aber... Hör auf, Björn! Lass es! Ich bin oben bei dem, äh, Holzhütchen hinter dir. Holzhütchen? Nein! Nicht den Schwertschlagen! Hier, schau hoch! Hör auf! Hinter dir! Oh, da! Ja? Ja, wie auch immer mich runtergeschlagen hat. Er hat sich runtergeschubst. Äh, Ronja, komm mal, ich kann dir... Ich zeig dir ein Geheimnis. Okay. Ein geheimes Geheimnis. Ein geheimes Geheimnis. Ein geheimes Geheimnis. Ein geheim-geheim-geheim-gang quasi. Oh, zumindest glaub ich, das ist es. Warte. Okay. Ronja, wir müssen das hier ans Ende schieben. Okay. Ich glaub, da passiert was. Ah, alles klar. Warte. Okay. Oh mein Gott! Illuminati. Okay. Ey! Wir haben das schon mal gemacht, oder? Doch, ich glaub wir haben das schon mal gemacht. Doch, mit Julian hab ich das mal gemacht. Was? Der real slim lady. Der real slim lady. Der real slim Tops. Okay. Ich glaub, Tops ist tot, oder? Nee, ich lebe noch. Aber warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Ähm. Ich glaub, das ist da, siehst du das? Weil hier lädt der Grasblock nicht ganz. Wo? Siehst du das? Warte, hier. Nein, nein, nicht anschieben. Komm her. Ja. Schau mal da. Wo der Gras die Seite nicht richtig lädt. Oh ja? Okay. Und da, schau mal, du bist zu rechts. Okay, okay, okay. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was zur Hölle! Oh mein Gott! Falls irgendjemand Tardos ist, ich hab zwei Stacks von Adam. Was? War alles da drin? Ich hab zwei Stacks Gold, ich hab zwei Stacks Rubies, ich hab zwei Stacks Emeralds. Ey Ronja! Irgendjemand von euch hat hier grad Stones gekauft. Ich hab's grad gesehen. Aber ich weiß nicht, wer von euch es war. Ja. Bin ich sogar safe? Du lebst noch? Ich lebe noch die ganze Zeit, ja. Ich bin die ganze Zeit nur ruhig. Hi Tops. Hallo? Flur, halt Abstand bitte von mir. Tops, ich hab die gesehen, wie die Stones gekauft hat. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Ja, aber es kann auch sein, dass du es warst, weißt du? Pfff, ich hab die gesehen. Irgendjemand hat grad einen gelben Stein gekauft. Hab ich nur kurz gesehen. Aha, ich war's nicht. Du hast einen gelben Stein. Also Julian ist es nicht, weil Julian hat jetzt genug Geld, um alle drei Steine zu kaufen, alle sechs, aber hat er nicht gemacht. Hä? Ja, weil ich es nicht bin. Deswegen sag ich ja, du bist es nicht. Ich hab grad ne Ultra Lucky Just hier. Das heißt, es ist entweder... Ich hab das bei mir. Ich hab auch kein Gold. Oh mein Gott. Reality Stone. Reality Stone. Ah, wer ist es? Map Wechsel. Ich hab übrigens auch fast nen Stack von allem. Ah, goddammit. Wer ist es denn? Es ist klar, Arno. Ich glaub hier. Ey, der Times wird beidemann aktiviert, merk ich grad. Und ein Dier-Schwert. Tartos-Suche. Tartos-Suche. Jo. Ah. Okay, ist es Flo oder Flo? Hm, wer könnte es denn sein? Äh, ich glaub es ist Flo. Flo? Wo bist du? Florian? Äh, das ist die Fall. Soll ich schnipsen, Ronja, oder soll ich eher weniger schnipsen? Warte, was? Ah. Ich sterbe! Nein, ich sterbe! Nein! 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 Warum? Habe ich verloren? Ich hab Grafik-Bugs des Grauens. Yeah! Julian! Ich hab dir vertraut! Aber ich hab geschrieben, ich war's nicht. Ähm. Alter! Flo oder Flo? Was soll das schon wieder? Die Map will mich jagen. Ist es Chaos oder Chaos, Flo? Das ist wie damals, als es da stand. Ey, Jürn! Hör auf, Jürn! Ich bin fast tot. Julian, ich hab dir vertraut. Ich hab dir alles gegeben, was du gebraucht hast, um mich zu töten. Nein, Jürn! Nein, Jürn! Ich töte dich. Ja, ich mach töte Jürn mit Ansage. Das gibt's doch nicht bei uns! What?! Wow! Tops! 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 Gotth, Stops! rubies was ist denn da los? Okay Flo, ernsthafte Frage, wie machst du das immer und wo hast du die her? Es gibt einen Bakken, wo du die kaputt machen kannst. Aber wie? Vor allem wieso passiert dir das so konsistent? Ich kann es sehr schwer erklären, das muss ich dir zeigen. Aber es hat keinen Sinn. Außer dass du deine rubies einfach zerstörst. Toll gemacht. Gute Arbeit. Bist du stolz auf dich? Will jemand eingesperrt werden bei Minecraft? Ich bin kein Henker. Ich habe ein halbes Herz. Echt? Alle btw gerade bei der Mine. Warte sind wir hier drin? Echt? Nein. Oh Gott dammit. Gib mir die Hälfte von allem. Ich habe es nicht, die Rin hat. Vor allem. Was habe ich? Ich wäre heute jetzt eingesperrt. Warte, warte, warte. Flo. Achso Ronja, wie war das nochmal? Flo. Wie war das nochmal? Du wolltest mich runterschubsen irgendwo? Nein, ich würde dich doch niemals runterschubsen. Ich werde dich retten, aber das Problem ist, ich habe zwei Enderperlen. Das Ding ist, ich muss raus, kann man auch wieder irgendwie. Dankeschön. Nein! 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 Doch. Oh, Hilfe, Mann. Hast du ein Problem, Ronja? Ja. Schieb mir das Minecraft wieder rein. Alles klar. Okay. Danke. Halleluja. Ich habe es dir eingeschoben. Jetzt kommst du raus. Warte. Das war Julian. Nein, ich bin weggerannt, aber schon. Julian ist dann nachgekommen. Okay. Ich war in einer anderen Seite schon reingeschoben. Herrlieb, tupst euch? Ich habe das Erste verhauen. Tupst tot. Du hast ihn am Anfang gekillt. Wenn er sich jetzt aufregt, dann... Dann ein... Achso Julian, ich würde... Beschweren kann man sich da eher weniger. Nee, das ist schon okay. Also da ist auch niemand böse auf dich, Julian. Du hast getan... Tupst hat... Flo hat einen OP-Apfel. Du hast einen OP-Apfel. Was? Lass mich mal einen OP-Apfel lassen, okay? Was ist denn ein OP-Apfel? Einen goldenen Apfel. Warum hast du einen goldenen Apfel? Ich habe keine Ahnung. Was ist denn hier los? Tupst schreibt mit Kante und Holz. Tupst, was soll das heißen? Hä? Aber... Also ist Ron ja der Wolf? Ich bin nicht der Wolf. Also ich bin nicht der Wolf. Ey, warte mal. Eigentlich... Ich habe nicht gesehen, wie Tupst gestorben ist. Also... Tupst schreibt mir kryptische Nachrichten. Oh, Starbrennen. Starbrennen. Starb-Tupst aber nicht. Okay. Okay. Tupst, ich glaube die 23 sollte heißen, den Fuß mit Selve waschen. Okay. Okay, danke. Für diese... Ja. Nachricht. Freut mich sehr, dass du das geteilt hast. Flo, ich habe das Gefühl, ja? Du bist es. Okay. Das heißt... Alter! Ja. Okay. Ja. Oh. Julian, wo bist du? Oh, oh. Entweder ihr schließt euch mich an, oder ich werde dich vernichten. Ich bin in deinem Team. Ich wollte gerade Deal schreiben, aber ich war im Wasser. Also... Deal. Ich kann dir sogar deine zwei Schalter-Drubies-Sache geben. Okay. Ich mach aber... Okay, ich kann nur mit ein... Okay, komm mal. Okay. Ich kann nur mit einem von euch einen Deal machen. Ihr müsst einen Todeskampf machen und der Gewinner darf mein Diener sein. Warte, denn du kannst doch nur gewinnen, wenn du den anderen auch tötest. Ich werde sowieso nicht töten. Ich habe alle Sextons. Nein! Soll dich verhindern mit meinem Steinschwert? Ich mach dich kaputt, Flo. Ich mach dich kaputt. Ich schubs dich auch runter, wenn ich dich sehe. Ja, ja. Das war nur ein Witz. Ich schubs dich. Ich sehe euch. Oh nein! Hä? Adriel ist... Adriel ist... Komm jetzt, hör auf zu rennen, du weicher! Ich schubs dich euch runter! Nein! Nein! Ja! Tja. Äh... Ich bin der VW Golf. Brumm, brumm. Acht auf Tobias und bring ihn um. Okay. Conja? Nein, Conja. Bin dran, bin dran, kein Ding. Eigentlich können wir... Eigentlich können wir... Ey! Sie hat mich geschlagen und ist runtergefallen. Für die Avengers! Tops, du alter Lügner! Das stimmt gar nicht! Du hast mich runtergeschubst! Warte. Was? Das stimmt gar nicht! Ronja ist schon mal... Ronja ist schon mal nicht. Ich bin nicht der Thanos, aber das kann ich dir geben, wenn du willst. Was? Wieso? Das bringt dir absolut gar nix. Aber... Das kann wirklich nix. Aber das ist so ein... Nice! Was du finden kannst. Wie viel macht das? Damage? Das ist von der Winterlap. Jomei! Ein Herz. Leute, jetzt habe ich... Warte, jetzt ist es dunkel! Linz! Aber ne, ich glaube es hat... Das hat jeder gemacht! No! Tops! Linz! Julians Schrei! Wer rennt mir nach? Ey, ich glaube das müssen wir einfügen, oder? Ja, ich bin auch dafür. Also ich finde, das ist so ein bisschen Diskriminierung, weil Julian so gar nichts hat. Warte, bist du bei mir? Komm! Ich bin bei dir, ich bin bei dir. Tops rennt mir nach! Tops rennt mir nach! Ja, es ist Tops. Es ist Tops. Es ist Tops. Das habe ich auch schon gehört. Julian, ich greife mich die ganze Zeit an und sagt, ich renne ihm nach. Na, hier ist nix drin! Nein! Alter, es ist sowas von safe Tops. Immer zu. Hä? Ich glaube aber auch, dass es Tops ist. Es ist ständig Tops. Ender Pelle! Nein! Oh! Tops war Thanos! Aber auch hätte er mich gekillt. Ich habe gesagt, dass er die sicher sicher macht. Die Avengers haben sich gewehrt. Und haben getötet. Du bist da vor wie Gold. Ich schlitte, die Avengers haben sich gewehrt. Äh, steht als wir Tops gekillt haben, ja. Ich war, das ist doch so kacke, dass Flo am Anfang so viel Gold hat. Nein! Ich hatte Überschlag. Ja! 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 Ey, Julian! 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 Es wäre glaubbar gewesen, dass Ronja so dusselig gewesen wäre. Nein! Ich habe wirklich geglaubt! Nein! Doch! Nein! Ich habe mich einmal aus dem Sinn selber getötet. Nein! Nein! Ich habe mir eine halbe Zeit. Ronja, bitte komm mal her! Ich habe mir eine halbe Zeit. Ich habe mir eine halbe Zeit. Ich habe mir viel Spaß mit raufkommen. Tops, guck mal, wo Ronja denn ist! Warte, wo? Ich bin immer auf so einem Ort, wo der weiter unten ist, mit der Fliegen ist, wo du nicht wieder raufkommst. Und Tops hat mir einen Schlag. Wieso? Ich wurde gecleared. Hey, wieso wurde ich nicht gecleared? Was? Was zur Hölle? Nein! Nein! Hast du Tops gekillt? Tja, Ronja, das ist jetzt ein bisschen eine komische Situation, glaube ich. Na, äh, ich meine, danke, I guess. Ähm, du bist nicht zufrieden Thanos, oder? Ne, oder? Äh... Ronja, wollen wir gucken? Ich habe dir doch geschrien, du hast nicht geantwortet! Ich war zu beschäftigt, Julian tut's den, wie er in seinem Stuck-Dings war. Also, ich würde natürlich liebend gerne kooperieren. Ah, Tops hat die Human-Pickety-Ryno gekillt. Und ich dachte, es ist Tops, aber war's nicht. Ich hab dir doch legit geschrieben, willst du kooperieren? Ach so. Ja, das war grad, ja. Ja, aber ich mein. Okay, nice. Freut mich. Du bist so ein Idiot. Ich hab's nicht. Es leben nur noch zwei Leute. Hey, wer ist denn jetzt eigentlich der Wolf? Flo, wo bist du? Ähm. Vor allem, aber sag es bitte nicht laut. Wir können nochmal drüber reden. Ja. Lass bei einer Runde Poker nochmal drüber reden. Ja, lass bei einer Runde Poker nochmal drüber reden. Ich kann dir ein Shattered Ruby geben, okay? Äh. Nein. Nein. Ich hab gedacht, Heldkostüm wäre was Gutes, aber es ist ein Schafspelz. Heldkostüm. Ich hab gedacht, das ist irgendeine Rüstung aus Mondschafspelz. Jetzt hab ich kein Geld mehr. Nein. Okay, das ist jetzt ärgerlich. Ähm. Flo, du hast nicht zufälligerweise, ähm, ein paar Rubies übrig, die du nicht brauchst, hm? Oder? Oder ich hab mich verschrieben. Ich hab geiles... Ah! Nein, 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 stopp, 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 Brodia! Bisse! NOOOOO! Ich hatte alle Stones! Also, ich hätte dir alles geben können. Ja, okay, ich würde mal sagen, das war eine... Ja, gut, das war eine... Hat jeder einmal gewonnen in der Runde? Ich glaube, oder? Ne, wir haben Tops gekillt. Naja, gut. Das war's dann aber auch. Äh, falls die Folge euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen oben... Na, was? Ich kann heute nicht reden. Dann lasst einen Daumen oben da. Daumen hoch. Daumen hoch. Abonniert den Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschau!